Wie denn? Die Mama braucht mich. Kati, du dies. Kati, du das. Kati, Kati, Kati. Ich hab mich nie von ihr abgenabelt. Und jetzt ist es zu spät. Ach, was? Sag mal, bist du alleweil noch so kitzlig hinterm Ohl wie früher? Ja. Kati, ich sag dir was. Wenn man etwas wirklich will, dann ist es nicht spät. Erzähl mir lieber was von dir. Von mir? Du, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Wenn du wissen möchtest, ob ich eine Freundin habe... Nein. Ob ich Enttäuschungen hinter mir habe? Ja. Ich habe leider sehr viel Pech in der Liebe gehabt. Ich habe dich damals gehen lassen. Vielleicht war das ein Fehler. Und ich habe nie wieder eine wie dich kennengelernt. Jetzt übertreib bitte nicht. Na, wirklich? Und? Du hast keine Lust, zu mir in die Stadt nach München zu kommen? In die Stadt? Ja. Zu dir? Aber ich habe doch keine Arbeit in der Stadt. Du, ich habe eine Filiale mit acht Mitarbeitern. Leider keine ordentliche Assistentin, die mich mal vertreten könnte, wenn ich nicht da bin. Wäre das ein Job für dich? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und außerdem, die Sonja will nächstes Jahr studieren. Ich kann sie doch nicht einfach allein lassen. Aber du, das trifft sich doch hervorragend. In München haben wir die besten Universitäten überhaupt. Und meine Wohnung ist sowieso viel zu groß für mich allein. Ja, meinst du das ernst? Tot ernst. Das Psychola des Strits, in München, in München. Das ist auch was meinst. Das ist das erste Mal. Das war's.